Alles klar, Bibel klar! Alles klar, Bibel klar! Das ist, was ich jetzt machen kann. Und das ist eine Aufgabe, das ist ein Befehl. Warum steht hier, Opfere, Gott, dann? Steht da auch was mit Opfern? Warum, Opfer? Solange es mir gut geht. Bin ich verhältnismäßig dankbar für Gott? Aber was, wenn ich in Schwierigkeiten bin? Wenn ich Not habe, dann wird mein Dank ein Opfer. Dann fällt es mir vielleicht nicht leicht. Dann fällt es mir nicht leicht. Weil ich sehe mein großes Riesenproblem wie ein Berg. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Was mache ich? Bleibe ich und bin ich dankbar? Oder, da war die Rede von Unzufriedenen, die mit ihrem Schicksal hadern. Und dann sagt man die Bibel. Und dann wird die Bibel. Matthias! Opferer! Jetzt Opferer! Jetzt Opferer! Jetzt Opferer! Was? Wie? Was? Wie? Lobe Gott! Schlag, schweiz Gott! Obwohl es dir nicht gut geht vielleicht. Хотя, может, es geht nicht so gut. Wer das tut, um Gott auch dann zu loben, wenn meine Welt vielleicht in Trümmer zusammenzufallen scheint. Wenn du dann das machst, wenn du dann das machst, dann sehe ich dich und dann zeige ich dir einen Weg. Einen Weg, wo du in geistlicher Hinsicht glücklich bleiben kannst. Du kannst dich glücklich bleiben. Obwohl du vielleicht Schmerzen hast. Wenn man vielleicht dein Geld gestohlen hat. Wenn du Freunde verlierst. Wenn man dich falsch beschuldigt. und du bist nicht schuldig. Du bist nicht schuldig. Obwohl du dich schuldig abwiniere, und du bist nicht schuldig. Aber andere sagen, du bist schuldig. Das tut weh. Das sind Schmerzen. Und unser Leben. Wir können zurückblicken auf unser Leben. Was hast du schon durchlitten? Was hast du schon durchlitten? Aber dann kann ich mich selber abfragen. Und dann habe ich trotzdem gedankt. Das ist nicht einfach. Aber dann zeigt Gott mir einen Weg. Den Weg des Heils. Dass der Glauben ist aus. Gott ist gut. Und bleibt gut. Und ich liebe ihn. Auch wenn nichts so geht, wie ich es jetzt vielleicht möchte. Und jetzt wissen wir. Jesus selber. Er muss sich entscheiden. Er war kein Roboter. Er war ein Mensch. Und dann lesen wir. Und dann мы читаем. Psalm 22 bei uns, bei euch. 22, 23 Psalm. Dieser Psalm redet vom Kreuzigung. Dieser Psalm будет говорить о распятии. Erster Vers. Первый Stich. Боже мой, Боже мой, ничего заставил меня. Ich werde Lise моей между собой и в одежде моей бросает es жребен. Das sind Verse in diesem Psalm. Okay. Und ich bin der Meinung. Und ich bin der Meinung. Dieser Psalm. Vielleicht tausend Jahre vor der Kreuzigung geschrieben. Er war написан за тысячи лет до распятия. Das war eine Vorausschau. Und jetzt könnt ihr zu Hause mal durchlesen den ganzen Psalm. Und вы можете, мы знаем на Иисус, этот Psalm, вы можете почитать. Aber Jesus redet, und auch in diesem Psalm. Und Jesus говорит сам в этом Psalmе дальше. Но ты святый живешь среди славословия Израиля. Er hält an einem Kreuz, angenagelt. Он висит на кресте, прибитый. Könnt ihr euch vorstellen? Можете себе это представить? Und er redet diese Worte auch. Er betет diese Worte auch. И он говорит, говорит эти слова. Он молит этими словами. Er beschreibt seine Situation wie schrecklich, wie furchtbar. Он описывает свою ситуацию, как ужасно, вот это происходит. И он чувствует, как все эти Кноты как бы выросли. И он чувствует, как все эти Кноты как бы выросли. Но он думает о чем. Мitten в Креузе. Du, mein Vater, bist heilig und du hast eine Wohnung. Gott wohnt, wo wohnt er? In den Herzen von den Menschen. Aber nicht in den undankbaren, mürrischen und jammernden Herzen. Da fühlt sich Gott nicht zu Hause. Wenn du in deinem Leben immer nur jammerst und klagst. Langes Gesicht, traurig, mein schönes Leben. Aber, da hängt einer an einem Kreuz angenagelt. Angespuckt, ausgepeitscht, verspottet. Gott soll ihm doch helfen, wenn er dann so ein toller Jesus ist. Und er hängt da für dich und mich. Und er nimmt unsere Sünden auf seine Schultern. Und er sagt, mein Vater, Du wohnst, du wohnst unter dem Lobgesenken Israels. Und deswegen will ich dich auch loben. Und deswegen will ich dich auch loben. Ich will nicht jämmern und klagen, weil ich hier an einem Kreuz hänge. Weil ich für Sergej, für Jaroslav, für Matthias, für Ludmina, für alle hier hängen muss. Furchtbar, schrecklich, schmerzen. Ich will nicht jammern und klagen. Ich entscheide mich. Ich will Gott, meinen Vater, loben und danken. Ich will своего Boga slavit und was schwalit. Warum? Warum? Damit du mir zeigst den Weg deines Heils. Weil du mir den Weg deines Heils zeigst. Stellt euch vor, wenn Jesus am Kreuz gemurrt und geklagt hätte. Vater, ich kann das nicht mehr aushalten. Oh, Otec, ich kann nicht mehr glauben, dass das deine Liebe sein soll. Ich kann nicht mehr glauben, dass das deine Liebe sein soll. Was machen die Menschen mit mir? Vater, es tut so weh, es tut so weh. Otec, es tut so weh, es tut so weh. Wie kann ich meine Liebe zu dir behalten in meinem Herzen? Und wie kann ich in meinem Herzen in meinem Herzen behalten? Wenn ich jetzt anfange zu jammern und zu klagen? Nein, ich will nicht jammern und zu klagen. Ich will nicht blabberen und zu klagen und zu klagen. Ich will nicht mehr, es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh. Ich will nicht mehr, es tut so weh, es tut so weh. Ich will nicht mehr, es tut so weh, es tut so weh. Ich will nicht mehr, es tut so weh, es tut so weh.